ja hallo leute willkommen beim moped sport heute möchte ich wieder ein moped vorstellen herkules k 125 bw v1 von der katharina aus essen die ist von 1979 hat 12,5 ps ist auch in sahara beige lackiert ist recht selten mit der originalen lederpacktasche hinten dran und der winkerkelle navi ist nachgerüstet 5.185 kilometer auf dem tacho werden mal gucken ob sie anspringt ein tritt herkules typisch maschine ist da läuft sehr schön im standgas hier die außenliegende batterie ja ein schönes seltenes teil wird fast täglich benutzt ich wünsche euch noch einen schönen tag macht's gut